Der kriegt ja auch noch so eine Ladung von dem Auto mit, geht's? Ja, das ist auch ganz durch. Weck mich am Arsch. Ja, dann wittert jetzt hier nichts weiter. Ja, weil das Stau da ist. Die wollen alle auf dieser Unterseite. Ich nehm an, warte, sonst kann ich hier vorbei. Ich will auch nicht durch die Dritte da durch.